ARD Text im Auftrag von Funk Keine Ahnung. Quatschi, blöde und doofi. Keine Ahnung. Quatschi... Ich glaube ich bin der einzige, den ich kenne. Puh, Zurbrücken vielleicht. 1988, ich gehe mit Zurbrücken. Freni Schneider? Das ist eine gute Frage. Der letzte, den ich weiss, ist der Birmin. Ja, ein Grisli-Bär wäre schon mal schön. Ein Wal. Einen Grisli mag ich nicht verkaufen. Doch lieber einen Wal. Einen Grisli-Bär. Einen Grisli-Bär. Ich bin Marco Bühl und ich teile es mit mir. Einen Grisli-Bär. Vielleicht wird es Papi ins Auto sein. Ich weiss es nicht genau. Das werde ich jetzt mal schauen. Das weiss ich jetzt nicht. Also keine Ahnung. Acht Stunden. Neun Stunden. Zu viel. Neun Stunden? Neun Stunden. Neun Stunden. Puh, zwei Millionen. Ah, ein bisschen mehr als Leuchtenstadt. Leuchtenstadt hat 36'000. Also es hat ein bisschen mehr. Ich weiss nicht, aber es hat mehr. Oh. Ja, was sagen wir noch? Millionen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich denke, es wären sicher mehrere hunderttausend gewesen. Meine Frau. Das habe ich vermisst, habe ich mitgenommen. Vier. Sechsi. Ich hoffe sehr viel. Nein, eigentlich das Nadel. Aber das ist sonst auch immer dabei. Von daher wäre es das Gepäck ähnlich wie sonst auch immer. Ich glaube, es hat genug zu essen. Also ich weiss es mir dann schon zu helfen. Ich nehme mir ein bisschen Ophi-Shockey mit. Das gehört auch dazu. So viel Pulver, das ist immer in meinem Gepäck. Ich bin sicher ein Olympiasieger. Von dem träumt jeder. Das ist auch mein Traum. Aber ja, es wird schwierig. Sicher, dass es rein. Sicher träumen wir alle für eine Olympia-Medaille. Dann wird es sicher ordentlich gefeiert. Ja, sicher bis in die Morgenstunden.